Musik Wir suchen ja Spuren von Hölderlin und das ist ja gar nicht so einfach. Aber was man weiß, er hat eine Wallfahrt zum großen Fass gemacht, so hat er das ausdrücklich genannt. Musik Uns beiden hat die Führung gut gefallen. Wir sind erstaunt, dass zwei Damen sich an so einem Tag die Mühe machen, mit uns hier durch die Altstadt zu gehen. Und der Fundus, der große Fundus, auf den die zurückgreifen können, an Gedichten, an Wissen, an Hintergrundwissen, also man sieht einfach die beiden leben dafür. Manch ein Gast sagte, Hölderlin war noch nicht so nah, mehr so fern. Aber jetzt ist das doch ein Einstieg zu einer Führung. Dass man schon irgendwie so ein bisschen sieht, um wen es sich handelt und um was für eine Dichtung es sich handelt. Musik Also uns hat es gut gefallen und ja, ein perfekter Tag. Musik Musik Schön wäre natürlich auch noch der Philosophenweg gewesen, aber das ist sicherlich zu anstrengend. Das muss man in der Ex-Fatur machen. Musik 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 Musik